Warte, jetzt geht's los Okay Nein, nein, nein Das braucht immer so lange, damit's losgeht Also Gehen Fioras Schild oder ist das Schwert? Das ist egal, die wird dich trotzdem zufrieden Was sagst du? Schild oder Schwert? Schild Ich sag Schild, damit du besser regenerieren kannst Okay, let's go Lass uns ein Gruß machen Mach mal auf 3-2-1, Freddy Was? Der hat längst schon auf Ich nehm schon längst auf, ich hab auch schon Hallo gesagt Hallo? Oh, innen, innen, innen Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Warte, ich schmeiß da ne Bombe rein Ich schmeiß da ne Bombe rein Hallo und herzlich willkommen Max hat Ebola Nicht Ebola, Ebola Ebola Bürgermeister Ey, der ist von mir, der Bürgermeister Wir sollten vielleicht mal anmerken, dass wir zu fünft sind Doch Ey, halt mal kurz die Fresse hier Wir sollten mal anmerken, dass wir zu fünft sind Aber nicht zu fünft spielen Hä? Achso, ja Ich bin die Sin Ja, der kennt halt einfach nicht genug Skill Ey, ich bin die Sin Der kennt, woher weißt du, dass wir die Sin haben Der hat einfach zugehört Alter, krass, der kennt wahrscheinlich nur den einen Champion Masai, Niederlebt Hiddlesticks, Alter 3 Alter, 3 Alter, 3 Das ist ja mehr als 2 Wir konnten die Level-2-Form sein Ja, wahrscheinlich nicht Inakzeptabel Ah, meine Scheiß-Bombe ist über den Asi drüber gehüpft Oh nein, du hast ja voll wenig live Ach, nö Ich wurde grad, ich wurde grad, ich wurde grad das erste Mal gegangt Buttrate Was ist mit dem Salt los, Alter? Das war kein Salt, das war ein Witz Das war eine ernste Frage Achso Ja, dann Äh, Fiora, buttrate mich ja unglaublich krass Ja, hab ich doch gesagt Was ist denn das für eine lächerliche Scheiße Wow, Lise Warte, kein Feed, bitte, ja? Danke Ich hab keinen Bock mehr, ja Ich weiß echt nicht, welch ich mich kaufe Ich glaub, diesmal bringt Tanky nichts Ich musste tot-bursten Malte, wir bräuchten schon jemanden, der Tanky ist Tot-bursten, naja, was soll ich sagen Nein, wir brauchen einen echten Tanky Wenn du schon verkackst, dann ist tot-burst nicht die Tanky Ja, ist echt so Hol dir jetzt einfach ein Tanky raus SS-top Warum ist die SS wieder top? Das reicht jetzt mal mit den Nazi-Witzen Das reicht jetzt mal mit den Nazi-Witzen So, mein allererster Was hast du etwas dagegen, du, du alter Nichts? Ohhhh, komm gerade Hast du etwas dagegen, du alter Nichts? Achso, ich hab nicht verstanden Du alter Nichts Du alter Nichts Du alter Nichts Holy Crap Ja? Das ist ja jetzt gerade nicht dein Ernst Das passt an uns nicht Nicht? Guck an Bogen Ey, ich guck jetzt welches verfickte Fackteile Die sind alle Silber, Alter Ich hab schon nachgeguckt Cremium Scrubs Cremium Scrubs, das ist jetzt Die soll mal ankommen Warte hier, warte hier Lass die mal entfangen Ah, die wird nicht kommen Ich kann den Dragon ulten Achso, die kommt jetzt, die kommt jetzt Die kommt jetzt Ne, kommen die nicht Ich hab, die werden nie so blöd sein Leute, ich kann nach unten ulten Ich hab einfach keine Ich hab einfach keine Ich hab einfach keine Hälfte oder so Alter Das habe ich nicht erwartet, dass die so blöd ist Ja, eben Warten du Hättet die auch mal machen sollen Jetzt mal Muss ich komm Mal von den letzten Hits auf dem Krieg, wenn du das Gold willst Willst du das Gold, oder? Ja, hol dir, hol dir Fack Nein, das sollte mich echt aufnehmen Das ist volles, frische Game Das ist für mich läuft Ja, bei uns läuft das Ja, bei uns läuft das What is this? Ja, die sind bei Oh, die sind im Jungle Glaub ich Und bei uns auch was ist das Micha, wir uns die Nase Go, go, go Ja Hm Überholen Weisen Nee Von mir geht Komm ich nicht hin Ich hab alle gestunnt Leute Döten Oh Mein Gott Zwei HP hat er noch Zwei HP hat er noch Zwei HP hat er noch Was? Er war doch wohl drauf Ich muss nicht erzählen Leider, ich höre Oh Na ist W Das war ja gut von dem Oh, Conrad Oh, Conrad Ja, komm, wir holen die Ähm, ich wollte den angestiegen Aber in Wirklichkeit wolltest du nur mich baiten Ja, der auch noch Ja, der auch noch Wirklich geil, ja Oh, kompakt Pff, als ob Flash die sich Sie sind alles so greedy, ne? Ja, Diokomo Wo? Du hast mit zwei Kills gesteilt, du so Ja, wie du nicht hättest bekommen können Doch, ah, wenn du die mir gesteilt hast Dann hast du sie auch nicht verliebt Wenn ich sie habe, dann sind sie meine Du hast praktisch nichts gemacht bei den Kills Dion ist jetzt die Nase Das ist die Logik Du hast sie nicht einfach mit deiner Kugel erstettet Ne, ich hab sie mit meiner Kugel gekillt Oho Du hast das komplett an Oh, fuck Komplett war's an Ja, ist auch Waaay Nice, Andrejvi Richtiger Barst Warum genuket, ey? Das reicht jetzt Boah, der war richtig Tardewagen Ja Ich muss auch noch einen Hauwag, Barst Oh, nice Nice Boah, Malta ist mal richtig nice Jetzt hab ich da auch mal einen Kill gesteilt Guck dir auch wo du bist Halt sie mal, ey Ich wusste Ich wusste, dass du das so aufnehmen willst Ja, ja, wie war das hier Ey, hallo? Das war richtig nice Öh, ihr Spaß süß Nein Ey, das kann ich da nicht rauslegen Ernsthaft Deine Wall ist mir egal Leute, wir haben die geacet Lass mal Drake holen oder so Der ist gar nicht da Wer war meint Der ist ab in 4 Minuten Ja, lass mal machen Jetzt ist die Öko Und selbst Fiora schreibt Wow Das war irgendwie Ich hab halt den AD Carry rausgenuket, ne? Nein, das warst du Das war ich, Conrad Wer hat den AD Carry rausgenuket? Ja, das warst du Vor allem, weil ich den Nice und Stand Da vorgelegt habe Jaja, das war die Vorarbeit dazu Das muss man schon sagen Das ist so, als ob du den letzten Fall gemacht hättest Aber lass Nein, aber ich hab den AD Carry Alter, Fick dich, ey Ich hab nur gesagt, ich hab den AD Carry rausgenuket Mehr hab ich gar nicht gesagt Und das ist auch komplett richtig So, wie ich es gesagt habe Sag mal nicht die Saulty, Mann Sag den Richtige Ich bin nicht Saulty Nö, nö, nö Meine Nachbarn sollte das essen Aber da ist gefällt mir nicht Hinter uns, Leute Hinter uns, Leute Joa Ich mach mal Getsch Okay Okay, das war mir gut in Sheriff Boah, du bist so ein Lacker, Michael Ah, ich wusste, ich schaff das Hift safe Okay Conor ist größer, in meinem Kopf ist Conor grad schwarz geworden Okay 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 Oh, nur eine Sekunde lang Oh, den töten wir. Ja. Länger geht nicht. Oh, wir sind alle greedy werden direkt. Oh, 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 oh. Ich komm da nicht ran für den... Naja, chase ich nicht. Pio, ist in der Nähe. Ja, ja. Da ist es schon. Oh, was ist da los? Was ist denn los hier? Oh, wie lau. Hallo, hallo. Ah, hallo. Mal, du hast das gesehen. Ja. Das richtig reudig einfach nur. Wir haben ja gut gekillt. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Schade. Ich find so Leute wie der Rengar haben keinen Sieg verdient in dem Fall. Alter, der Leezen, was soll das? Okay. Okay, töten. Nein. Nein. Ach, hallo. Es geht ja gar nicht durch die Wand. Ich vergesse es immer wieder. Nee, ich ruge, ich ruge, ich ruge. Ah, das haben wir getradet. 3-3. Okay, das ist ganz okay. Das war richtig reudig vom Rengar. Ja. Nice und der Leezen. Boah, ihr Beine, nicht getroffen. Ja, meine, ja. Ja, zum Glück haben wir's Vape, ne? Ah, der ist seine Ulti rausgehauen. Wir gehen jetzt nachher mal mit unserem Coach durch. Alles klar. Also ich sag euch jetzt... Versprechung in der Mannschaftskabine. Gay. Der Nachgemeinschaftsduschen, Leute. Ist eher gay. Hä? Was sagt die Flash vor Asi? Gah, daneben! Oh, oh, oh. Alter, nice. Kick. Das war übrigens ein No-Scope, wollte ich nochmal sagen. Ah, cool. Ich hab den nicht gesehen. Mist. Ich mach schon gut Damage, ne? Jo. Die Fiora kriegen wir auch noch. Ach! Gottverdammte Wand hier. Oh, Rengar! Der Rengobango, ey. Oho. Oho. Die ist eh. Ja, lass mal... Alter, wir rocken die voll in den Team-Files. Ja, lass mal Baron oder so. Jo, Baron Baron ist jetzt nice. Die sind auch einfach die besseren Menschen. Ja, Go. Ja, Go. Die sind auch einfach die besseren Menschen. Entschuldigung nochmal, Konrad. Wegen... Wegen Basis bei mir. Ich hab doch heute geschwiegen. Ich gratuliere. Ach so, ja, okay. Ist egal. Malte, hast du den Preis gewonnen dafür, dass er bei dir war? Weiß ich mal. Und Malte, wie fandest du den Baron Boff? Oho. Oh, snap! Schatz abfeiert, Leute. Solltet für die Kalister nicht flashen und so Zeug und die ist useless. Ja. Okay. Na, ihr könnt's natürlich machen, aber später... Ja, wenn's ein Kill ist, ist's ein Kill. Jo, aber ihr müsst halt aufpassen. Also für die nichts verschwenden, an die Kacke ist. Ja, stimmt, die hat 0 Kills. 084 halt, ne? ation. Dann 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 dann. Alter, ne? So hard gebated hast du? Ohohohohohohohohohohohohoho. Alter, die sind voll kacke, die können überhaupt nicht im Team spielen. Ja. Die sind doch nicht im Team. Die Jo kommt immer wieder, so allgemein, ne? Also von allen, von mir selber nicht. Von mir nicht. und wiederkehrendes phänomen müssen nach unten stimmt ich bin ja eigentlich das ist voll unnötig malte, wer ist das denn? nee oh man aber Konrad hat immer schön gepostet Konrad ist tot Konrad ist tot die Sin ist tot Malte ist tot okay, weiteres überleben aufpassen, nissen Alter, ich bin Ovi jetzt voll okay ich hab grad irgendwie zwei Stunden lang die ganze Zeit nur Power-ups gesucht die ganze Zeit was spielst du? Ovi and the Blind Forest sind wir noch nicht durch nee, ich hab voll oft mega lange Pause gemacht ich hab voll oft mega flasht ah, heute ist es nicht mit den Flaves ich hab überlebt ich hab gerade so überlebt das ist die Hauptsache, dass du überlebst ja, ich bin auch der wichtigste hier Crash Bandicoot Crash Bandicoot der heißt so ja, ach nee, aber ich hab das jetzt erst bemerkt lol ich mach dir gar kein Ding ah, ich hasse dich echt dein Maul zu sein Töte sie! 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 ohst du, ohst du jetzt rauchst, neid Oxt Why? rinN doch oh man Euh, da hätt ich doch nicht wegrennen können hate mecause mehr im solen sonoa war einfach so por companions so alter, was war denn da an Useless man? ich hätt ihn fast gekriegt was geht ab du blöde auch oho ahhh malte lauf lauflauflauflaufla lauf-lauf lauflauf alter lauf alter, malte ich war doch meine Hangover alter, malte kill ihn alter,. ey, alter, pass auf mal HAHA Pass auf mal, ich wär su Oh выгляд naan ein alter, da neb Wir sind da Assi Assi Fuck No Nein NUKE Ja das ist mein, Alter, das ist meine Ulti Nein Ja aber doch nicht so viel Ja doch Nice nice nice, den haben wir jetzt auch noch gelohnt Okay Uuuuh Raus 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 Vers ist der Reusion Und jetzt ist das dann drauf Chyyy Habn wir geac'd? Nee, Einer lebt noch Ja die Fiora aber die ist 300 Äh naja die 1issmits würd ich das jetzt nicht bezeichnen Doch alleine schon Die one-headed mich Ja dick aber nicht Aber ich hab Ronja's, dass ich auch weiß zu benutzen Du weißt zu benutzen Oder wir töten die jetzt einfach auch noch. Dann triffst du uns. Keiner followed up, was ist los mit euch? Ja, ich hab den Stun nicht gesehen. Der Conner hat den gecallt. Ja, ist echt so. Bisschen mehr Tension bitte, jetzt raus. Ich bin tot. Ist es nicht. Noch nicht tot. Nö. Hier, du. Rumpion. Dragon ist in 20 ab. Ja, lass du dann gehen. Gibt nix. Rump, attack. Ah, ich... Notated Rotland. Obwohl, ne, das ist ein Wort. Ne, ne. Ja, das mach. Fucking dead. Oh, das war doch nicht mal so schlecht. Ich hab's auch überlebt. Oh, was ist denn hier noch? Das war mega nice. Ja. Mitte durch. Ey, wir finishen das jetzt. Ja? Ja, toll. Easy. Easy game. Gigi. Mit 3D. Easy. Ich hab's ja so richtig die Probleme gehabt. Hä, Michael, was hast du denn da grad gemacht? Hm, ich wollte zu denen rübergehen. Ich hab mir so rückwärts da so reingemoonwalked. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ken, sag auch mal tschüss. Ken, sag auch mal tschüss. Tschau. Sas aus. Macht ja so richtig. Wenn non die ideology hab,